Meistens, bevor der Turm mehr leben hat, spiele ich den fetten Sack hin, wenn er Spells hat, damit er mich nicht Spells hacken kann. Oh nein, oh nein, oh nein, Bro, Wheel Rap, das tut mir leid. Wheel Rap, diese Interaktion tut mir leid. Das ist leider eine Skandal-Interaktion. Ich weiß jetzt nicht immer, warum es jemand noch gibt. Evo, der prägt nichts. Er muss immer noch was setzen. Und er hat keinen Nado, weil er den Nado-Gott gewastet hat uns nichts. GG's. Ey, GG's. Ich muss da jetzt auch noch ein Hit. Ich brauche mir noch eine gute Defense. Ich bin nochmal haarig, wenn ich ganz ehrlich sein soll. 12-0 nehmen wir mit. Ganz entspannt, er ist so ganz schlecht. Können wir pushen. Und davor machen wir Geh auf 1.600 wegen anderen. Aber will ich ja erstmal nicht machen. Ich will ja erstmal nicht hochkommen, weil ich will ja den Elektro-Deggen gewusen. Ja, das ist meine Taktik. Ich habe auch die erste Grand Challenge gerade geschafft. Congrats. Was hast du gezogen? Ich öffne jetzt. Ich habe gegen Jona gespielt. Ich habe gegen Jona, der hat irgendwie ein 12er-Finish. Mit 5 Falkyren, 13 Giants, 95 Skelleys, 4 zum Feuerwölle, 14 Grabsteine, Archers, 108, 17 Kobold, 20 Musketierenden, Mega Mega 27, 210 Bomber. Das ist so geil. 12 E-Drags ist ja crazy. Das ist unmächtig.